Hallo, in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du 9mm Munition herstellen kannst. Und zwar findest du die unter Handwerk, unter Werkzeug und Waffen, dann hier oben dritte Reihe, 9mm selbst hergestellte Munition. Und dafür brauchen wir einmal Metallschrott, Schießpulver, eine Bleiplatte, dann die improvisierte Werkbank, die du schon vor dem Charakter siehst, und die improvisierte Werkzeugkiste. Wie du dir die Werkzeugkiste herstellen kannst, habe ich bereits in einem anderen Video erklärt, da kannst du gerne einmal nachschauen. Und anstatt der improvisierten Werkbank kannst du auch in den Werkstätten in der Stadt oder in den Dörfern die Standbohrmaschine verwenden, die so aussieht, oder die Standbohrmaschine, die so aussieht, oder du kannst es auch an der Drehmaschine machen. Das funktioniert alles. Zu beachten ist einfach, dass bei der improvisierten Werkbank, wie wir sie jetzt verwenden, da entsteht einfach weniger Munition, als wenn du das jetzt an den Standbohrmaschinen oder an der Drehmaschine machen würdest. Ich habe jetzt schon die benötigten Sachen alle in meinem Rucksack und kann jetzt hier einmal auf Herstellen klicken. Und das geht rucki zucki, landet natürlich auf dem Boden. Und wie du siehst, ich habe jetzt nur 5 von 30 hergestellt. Und wie gesagt, die haben auch nicht so eine tolle Haltbarkeit, weil das hier einfach nur die improvisierte Werkbank ist. Bei den anderen ist das besser und funktioniert auch besser. Mit Doppelklick nehmen wir die einfach ins Inventar auf und schon haben wir uns Munition hergestellt. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!